Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es gibt mal wieder meinen Monthly Collected Haul für den Monat Dezember. Hier sind einige Bestellungen auch noch mit drin, die ich Ende November, also zu Black Friday, getätigt habe. Die konnte ich euch ja aber in meinem November Haul nicht zeigen, weil sie einfach noch nicht da waren. War ja Ende November. Klar, dass dann viele Bestellungen, die ich getätigt habe, vor allem weil sie bei Indie Brands in Amerika waren, noch nicht da sind. Und genau, die zeige ich euch heute, zählen also somit in meinen Monats Haul für den Monat Dezember. Ich werde euch die Produkte zeigen. Falls ihr was seht, zu dem noch kein Video auf meinem Kanal online ist, ihr aber gerne eins dazu hättet, lasst mich das einfach in den Kommentaren wissen. Ansonsten verlinke ich euch die Videos, die schon online sind zu den Produkten, wie immer in der Infobox. Starten wir als erstes mit einer Bestellung, die ich bei Beauty Bay getätigt habe. Und da habe ich mir die neue Melt Cosmetics Palette bestellt. Das ist die Umverpackung. Da wird sie auch nachher wieder reinwandern, weil ich die einfach so unglaublich schön finde. Und das ist die Amor im Mariposa, das heißt sie, glaube ich, Palette von Melt. Unglaublich schön. Dazu ist auch schon ein Video online. Wie gesagt, ist in der Infobox. Und so ist das Farbschema von innen. Ja, ist ja genau mein Farbschema. Ich finde die Palette unglaublich schön. Die grüne Reihe, dann habt ihr eine neutrale, so eine rötliche und eine Reihe mit so ein bisschen deeper Shades. Ja, ich werde hier wie immer nichts zur Qualität sagen. Schaut euch dazu einfach das Video an. Aber die war wirklich unglaublich schön. Ein bisschen teurer, weil sie so um die 65 Euro, meine ich, gekostet hat. Aber ja, Melt ist halt auch nicht so günstig. Ich habe trotzdem eine wirklich wunderschöne Palette und die hatte ich, wie gesagt, ja schon bei Beauty Bay bestellt. Wie schon erwähnt, habe ich bei einigen Indie-Brands in Amerika bestellt. Die werde ich euch jetzt als nächstes alle mal so zeigen. Und zwar hatte ich bei Give Me Glow Cosmetics bestellt. Dazu, also zu einer Palette von Give Me Glow gibt es schon ein Video. Packe ich euch jetzt einfach trotzdem auch mal hier mit in die Infobox rein. Und ich hatte mir vier Single Shades bestellt. Einmal die Farbe Wine, so ein schönes Lila. Dann Mushroom, das ist so ein dunkleres, nicht dunkleres, so ein Cool Brown würde ich jetzt sagen. Dann Anastasia, was so ein schönes, ihr seht, Lila Pink Foil ist. Und ein sehr dunkles Lila, die Farbe Grape. Genau. Die kommen in meine große magnetische Palette. Ich mag Give Me Glow sehr, sehr gerne und habe natürlich noch zwei Paletten mitbestellt. Dazu gehört einmal die Juicy Olive Palette. Wunderschönes Packaging. Und auch die Farben sind wunderschön. Ist ja genau meins. Ich liebe Grüntöne, obwohl ich eigentlich eher so in die grüne Richtung wie vor meinem Kissen gehe und nicht in dieses Muddy Green. Trotzdem haben mich die Swatches so angesprochen, dass ich die unbedingt kaufen musste und ja, mal noch testen werde. Bei der habe ich jetzt nicht vor, ein Video zu drehen. Falls ihr aber eins dazu sehen wollt, wie gesagt, lasst es mich in der Infobox wissen. Und dann habe ich ein Video zur Bad Witch Club Palette schon gedreht. Das ist der Look-Kont noch online. Wie gesagt, ist schon abgedreht, aber einfach noch nicht auf meinem Kanal. Ich werde euch aber nicht dazu sagen, wie ich sie finde. Wartet das Video ab. Und das ist die Palette. Ja. Unglaublich schönes Farbschema. Wie gesagt, ich mag Give Me Glow Cosmetics sehr, sehr gerne. Ich sage euch in dem Video auch wie immer dann was zum Bestellprozess, falls ihr dort noch nicht bestellt habt, aber gerne würdet und nicht wisst, wie das so abläuft. Guckt dann einfach das Video an. Ja, wunderschön. Wie gesagt, ich habe viel bei Indie Brands bestellt, weil es einfach super Rabatte an Black Friday gab und die Rabatte meistens so das Shipping ein bisschen ausgeglichen haben. Deshalb konnte ich da nicht widerstehen. Als nächstes Indie Brand habe ich bei Laura Lee Los Angeles bestellt. Dazu habe ich auch schon ein Video abgedreht, kommt noch online. Und zwar hatte ich mir einmal einen Liquid Lipstick bestellt in der Farbe Topless. Wollte ich schon immer mal ausprobieren, weil ich nur Gutes über die Laura Lee Los Angeles Liquid Lipsticks gehört habe. Das ist übrigens die Marke von Laura Lee, einer amerikanischen YouTuberin, falls ihr sie nicht kennt. Früher war sie sehr im Beauty-Spektrum unterwegs. Mittlerweile, finde ich, macht sie eher so Lifestyle-Sachen. Ja. Nur das mal dazu. Dann hatte ich mir die Nudie Patootie Palette bestellt, die ich auch schon ewig mal testen wollte, aber immer zu geizig war, um den Versand zu zahlen. Und an Black Friday gab es halt extrem gute Rabatte, weshalb ich dann zugeschlagen habe. Ja, wunderschön vom Farbschema her. Ja, ich habe auch nur Gutes über die Nudie Patootie Palette gehört. Ich habe sie nicht getestet auf dem Auge bis jetzt. Aber ich finde sie vom Farbschema her sehr, sehr schön. Wie gesagt, falls ihr zu deren Videos sehen wollt, lasst es mich wissen. Denn in meinem Laura Lee Los Angeles Review Video, was noch kommt, habe ich die Nudie No. 2 getestet. Die sieht so aus. Auch unglaublich schön vom Farbschema her. Und die zwei Paletten habe ich in einem sehr, sehr gut rabattierten Bundle bekommen. Und das hat halt den Versand so ein bisschen ausgeglichen, wie vorher schon erwähnt. Ja, deshalb habe ich da zugeschlagen. Ich finde die Farbschema sehr, sehr schön. Ich liebe ja so Rosy Natural Shades. Und dafür steht Laura Lee an sich auch, weil sie eher so natürlich... Also sie trägt jetzt nicht so Colorful Eye Looks, wie ich jetzt gerade drauf habe, sondern eher so in der natürlichen Farbrichtung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und die zwei Paletten haben mich einfach extrem angesprochen. Und dann dachte ich, wenn ich schon bestelle, dann bestelle ich natürlich noch einen Liquid Lipstick mit, damit es sich lohnt und ich mich so ein bisschen mal durchtesten kann. Und das dritte Indie Brand, bei dem ich bestellt hatte, beziehungsweise eher das vierte, ich hatte noch bei Alien Cosmetics bestellt. Aber das war so eine Vorbestellung. Das heißt, die ist immer noch nicht da. Ist jetzt mittlerweile, glaube ich, mal ausgeliefert worden. Die werde ich euch dann also in meinem Januar Haul zeigen, obwohl ich sie Ende November bestellt habe. Aber okay. Also das dritte Indie Brand, nenne ich es jetzt einfach, weil Alien Cosmetics in den Januar fällt, war Clarity Cosmetics. Da wollte ich auch schon ewig mal bestellen, weil mich die Produkte sehr, sehr angesprochen haben. Die Swatches sahen unglaublich gut aus. Und ich muss sagen, von Clarity habe ich so noch fast gar nichts gehört. Deshalb, Give Me Glow sieht man schon immer mal wieder bei so ein paar YouTubern, die ich verfolge. Clarity habe ich noch nirgendwo gesehen und dachte mir, gut, dann bestelle ich mir da jetzt mal was. Gute Rabatte, hat den Versand ausgeglichen. Ich musste zuschlagen. So, ich habe mir zum einen drei Single Shades bestellt. Das ist einmal die Farbe Blossom. Ich finde, der sieht auch schon unglaublich schön aus. Dann die Farbe Gilbert Grape. Das ist halt so ein schönes rötliches, rötlicher Shade eher. Und so Hollywood, was halt wirklich so ein extrem geiles Gold ist, um es mal so zu nennen. Und dann habe ich mir zwei Paletten bestellt. Dazu filme ich auf jeden Fall noch eine Review. Ist bis jetzt noch nicht passiert, aber sie kommt online, weil das wieder so eine Marke ist, die ich hier noch nicht gezeigt habe auf dem Kanal. Also so eine, kennst du diese Marke schon? Videoreihe habe ich ja. Und dazu gehört das eben. Genau, ich hatte mir einmal die Berry Royale Palette bestellt. Ich finde hier auch das Packaging unglaublich schön. Und das ist die Palette. Ja, es ist genau mein Farbschema. Ich finde auch, dass dieser Shade so cool aussieht. Also ich freue mich schon unglaublich drauf, die Palette zu testen. Ja, große Pfändchen, wie bei Give Me Glow Cosmetics genauso. Und dann habe ich mir noch eine Palette bestellt. Und zwar die Cobra Palette, relativ neu. Und ja, das ist natürlich auch mein Farbschema, ne? To be honest. Also genau, ich freue mich so drauf, diese Paletten zu testen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie die Shades so performen werden. Aber ich muss sagen, dass ich da sehr, sehr positiv reingehe, weil das, was ich bis jetzt als Swatches gesehen habe, mich echt vom Hocker gehauen hat. Und ich freue mich drauf, die zu testen. Also zu denen kommt auf jeden Fall ein Video online. Wahrscheinlich werde ich auf einem Auge was mit der Berry Royale und auf einem mit der Cobra schminken, einfach damit wir beide austesten können. Ja, aber sie fühlen sich auf jeden Fall auch sehr, sehr hochwertig an. Sie sind so relativ schwer. Die Pfändchen sind groß. Also ich bin unglaublich gespannt und freue mich drauf. Und das mit dem vierten, dritten Indie Brand war gelogen. Ich habe nämlich nochmal für einen bestellt. Bei Clam Shop. Ja, das ist das Video der Indie Brands. Sorry, aber die hauen mich einfach in letzter Zeit auch mehr um als so die Mainstream Brands, weshalb ich auch eher dort geshoppt habe. Und es war Black Friday, okay? So, bei Clam Shop, einem polnischen Indie Brand, ist also innerhalb der EU relativ kurzer Versand und geringe Versandkosten. Falls ihr also bei Clam Shop mal bestellen wollt, kommt aus Polen. Innerhalb der EU habt ihr da gar keine Probleme. Ich hatte mir einige Single Shades bestellt. Die werde ich euch jetzt nicht jeden Einzelnen zeigen, weil es halt, ups, einige sind. Ich mag Clam Shop sehr, sehr gerne. Ich habe auch schon ganz, ganz viele Single Shades. Falls ihr da mal ein Video zu sehen wollt, in dem ich einen Look mit den Clam Shop Single Shades schminke, lasst mich das bitte in den Kommentaren wissen. Dann mache ich das auch. Dann habe ich mir nochmal so ein loses Duochrome Pigment gekauft und zwar die Farbe Blue Coral. Das werde ich dann mal in meinem Duochrome Video testen, das ich schon vor, glaube ich, in einem halben Jahr angekündigt habe, aber einfach noch nicht die Muße dazu hatte, es zu filmen, weil das sehr, sehr aufwendig wird. Ich habe einige Duochrome Shades gekauft von verschiedensten Brands und möchte die so miteinander vergleichen. Ich bin einfach zeitlich her noch nicht dazu gekommen. Das kommt aber noch. Dann hatte ich mir einen matten Liquid Lipstick bestellt in der Farbe Dulce de Leche. Also die Produkte von Clam Shop, die ich euch jetzt hier zeige, habe ich noch nicht getestet. Falls ihr die also gerne sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Genau, ein Liquid Lipstick. Dann hatte ich mir einen der neuen Liquid Shadows bestellt. Das sind so matte Liquid Shadows und zwar die Farbe Lilac Pink. Werde ich auf jeden Fall noch testen. Ob es jetzt in einem Video ist, entscheidet dann letztendlich ihr, ob ihr das sehen wollt. Ansonsten teste ich das halt einfach privat. Und dann hatte ich mir einen Cream Bronzer bestellt, weil ich den auch unglaublich spannend fand. Auch von der Farbe her, weil er so ein bisschen kühlerstichig ist. Und das ist die Farbe Sandy. Genau, kommt halt in so ein Pöttchen. Da ist noch eine Folie drüber. Ja, wie gesagt, habe ich noch nicht getestet. Freue mich aber schon drauf. Bei MAC hatte ich auch bestellt. Und zwar kam da die Kollektion mit Lisa, also La Lisa von Blackpink raus. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt kein großer Blackpink-Hörer, um ehrlich zu sein. Aber La Lisa oder Lisa halt mag ich sehr gern. Ich finde sie unglaublich sympathisch, muss ich sagen. Ich finde sie tanzt auch sehr, sehr gut. Sie singt sehr gut. Ja, ich finde sie einfach sympathisch. Und die Produkte mit ihrer MAC-Kollektion haben mich sehr, sehr angesprochen. Und zwar war das einmal ein Highlighter in der Farbe Show Gold. Ich finde halt auch, der sieht unglaublich schön aus. Habe ich auch noch nicht getestet. Lasst mich gerne wissen, ob ihr dazu was sehen wollt. Und dann habe ich mir einen der Liquid Lipsticks noch mitgenommen in der Farbe Sorry Not Sorry. Halt so ein unglaublich schönes Orange. Ich liebe ja solche Töne auf den Lippen. Und dachte mir, okay, cool. Die Produkte sprechen mich an. Ich finde sie sympathisch. Ich mag MAC ja auch sehr, sehr gerne. Und ja, da musste ich dann einfach zuschlagen. Bevor wir dann zu meiner Colourpop-Bestellung kommen. Ja, ich hatte bei Colourpop bestellt. Habe ich noch ein paar Sachen in der Drogerie gekauft. Und zwar zum einen, ich weiß nicht, ob ich das letzte Monthly Haul schon gezeigt habe oder nicht. Aber es stand hier halt noch auf meinem Tisch rum. Deshalb zeige ich es nochmal. Von Catrice das Face Serum von der Disney Princess Kollektion. Pocahontas. Genau. Habe ich noch nicht getestet. Werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Dann hatte ich bei Catrice bestellt. Und zwar die Kollaboration mit Jenny. Das Video ist schon online. Ist in der Infobox verlinkt. Und zu der Kollaboration hat eben eine Lidschattenpalette gehört. Den Chat finde ich so unglaublich schön. Ja, auch das Packaging finde ich sehr, sehr hübsch. Und dazu hat auch noch ein Liquid Blush gehört. Und ein Lip Set. Also wie gesagt, guckt euch gerne das Video dazu an. Sehr, sehr schöne Produkte bekommt ihr auch noch online. Und dann habe ich mir diese Woche, ja Anfang der Woche, als ich im DM war, habe ich eine neue Mascara entdeckt. Habe ich noch nicht getestet. Falls ihr dazu was sehen wollt, kann ich gerne so ein Drogerie-Neuheiten-Video machen, indem ich eben neue Produkte aus der Drogerie hier für euch austeste. Irgendwie werde ich die auf jeden Fall noch in ein Video einbauen. Und das ist von Maybelline die Curl Bounce Mascara. Keine Ahnung, was sie können soll. Ich probiere einfach sehr, sehr gerne neue Mascara aus. Und ja, fand sie sehr, sehr spannend. Und last but not least dann meine Colourpop-Bestellung. Da hatte ich mir einmal so einen Glitzer-Eyeliner bestellt. Auch ganz neu, die Farbe Had To Be You. Den werde ich auf jeden Fall noch austesten. Dann einen von den Fresh Kiss Lip Leckern in der Farbe Speak Easy. Ja, die gehören zu einer Kollektion, zu der auch noch die Roaring Hearts Palette gehört. Also das ist alles eine Kollektion gewesen. Und die sieht so aus. Dazu werde ich wahrscheinlich auch noch ein Video machen. Colourpop-Videos oder allgemein auch Indie-Brand-Videos werden auf meinem Kanal nicht so gut geklickt. Ich weiß nicht, ob euch die Mainstream-Brands mehr interessieren als so Colourpop und Indie-Brands. Aber mir machen die Videos einfach extrem viel Spaß. Und selbst wenn nur einer draufklickt, ich hatte meinem Spaß mit dem Video. Ja, weshalb zu der Kollektion auf jeden Fall noch ein Video online kommt. Ich habe es noch nicht gefilmt, werde es aber noch nachholen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das interessiert. Ansonsten filme ich es trotzdem. Aber ihr könnt es mich ja in den Kommentaren mal wissen lassen. Dann hatte ich bei Colourpop noch die Capricorn-Palette bestellt. Also die Steinbock-Palette. Ich bin ja Steinbock. Die wollte ich gerne haben. Die hatte ich ja bei meiner letzten Bestellung ausverkauft. Und da das aber so kühlere Brauntöne sind, wollte ich die unbedingt noch haben. Und als sie online war, habe ich sie natürlich bestellt. Dann habe ich mir noch die The Mandalorian-Palette bestellt. Ich bin ja kein Star Wars-Fan. Sorry, falls ich hier jetzt jemanden vor den Kopf stoße damit. Aber ich gucke kein Star Wars. Ist absolut nicht meins. Meine Eltern lieben Star Wars. Deshalb habe ich den Umkarton, auf dem ja das gleiche Bild ist, an meinen Papa abgegeben. Der wollte den gerne haben als Star Wars-Fan. Ja. Kleiner Cut, weil mir gerade ein Shade rausgefallen ist. Puh! Deshalb muss ich es jetzt ein bisschen vorsichtiger zeigen. Der hier oben hat sich einfach verabschiedet. Und ich gucke in die Kamera und denke so, hm, wieso ist denn da ein leeres Pfändchen? Gucke auf meine Hose und sehe das Pfändchen da liegen. Also nicht das Pfändchen, sondern das Pfändchen war drin. Der Shadow ist nur rausgeflogen. Ja, ich mache es so, weil ich möchte die Palette jetzt nicht mehr so doll bewegen und vor allem nicht mehr auf den Kopf drehen. Das ist sie. Ich finde sie vom Farbschema ja sehr, sehr schön. Der Shade hier ist auch unglaublich hübsch. Also falls ihr dazu ein Video sehen wollt, lasst es mich wissen. Aber das war jetzt gerade ein kleiner Schockmoment. Okay, dann hatte ich mir noch die Off-Quartz-Palette bestellt. Ist ja auch genau mein Farbschema. Ich liebe so kühlere Brauntöne. Dazu würde ich jetzt nicht unbedingt ein Video filmen, außer ihr wollt es unbedingt sehen. Wie gesagt, lasst mich eure Wünsche gerne in den Kommentaren wissen. Jetzt bin ich durch den Wind. Dann, das Video zur Weihnachtskollektion von Colourpop ist schon online. Ich hatte mir einmal das Lip Set in I Think You're Cute bestellt und die Rudolf-Palette. Die sieht so aus. Genau, das war meine Colourpop-Bestellung mit dem kleinen Herzinfarkt, weil mir ein Shade rausfliegt. Gott ist wild, das ist mir auch noch nie passiert. Aber es gibt für alles ein erstes Mal, oder? Naja, gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!